Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute mal aus der Perspektive vom Auto aus. Wir gehen heute, also Nils und ich, eben jetzt zur Markthalle um die Bundesliga anzugucken. Wir werden gleich sehen, was die Markthalle ist. Die Markthalle ist in Ludwigsburg. Könnt ihr mal eigentlich, wenn ihr in der Nähe wohnt, checkt die auf jeden Fall mal ab. Die sind richtig geil, Alter. Es gibt so viele Billardtische und Dartscheiben auch. Die sind auf jeden Fall richtig nice, kann man richtig geil chillen mit Kumpels. Checkt ihr auf jeden Fall mal. Ja und jetzt werden wir Bundesliga anschauen. Jetzt ist 14.54 Uhr, Bundesligaspiele fangen um 15.30 Uhr an. So, wir sehen jetzt in der Markthalle. Mit dem Zeug spreche ich rein. Das ist Nils und das ist... Wir schauen die Bundesliga an. Wir bestellen uns noch irgendwas zu trinken. Hier seht ihr mal die Markthalle. Wir werden jetzt erst mal Wünsche trinken und bestellen alles bis gleich. Soll me down at the sheriff's lights. We are not the same, don't try to compare lives. I am Retro 3's, you a pair of lights. If you can't feel this, if you can't feel this, then you're paralyzed. So war uns beim Edeka MK? haben eingekauft für wieviel? 41 Euro. 43 Euro. 43 Euro. Also waren auch Einkäufe dabei wie ein völlig überteuertes Oro Maltine-Mystery, aber hauptsache kein Nutella kaufen. Oro Maltine ist das neue Nutella. Kennt ihr das, wenn eure Eltern statt Nutella irgend so ein Crab kauft? Samba. Kennst du Samba? Ich weiß nicht. Das ist so ein Bio-Produkt und das schmeckt so scheiße. Meine Eltern so, man schmeckt wirklich wie gesund das ist. Ja ohne Witz. Was? Als ob, es schmeckt scheiße. Irgend so ein Kack. So richtig? Ja, irgend so ein Kack. Dann, sagst du, ich esse das so. Wie eklig. Meine Mutter probiert. Schmeckt da jetzt kein Unterschied. Was ist denn das? Glaubt einem doch kein Mensch. Ja gut, wir chillen jetzt noch bei uns. Keine Ahnung. Vielleicht kommt nachher noch Verena vorbei. Guck mal den Film. Und ja, chillen unser Leben am K. Mit einem Ziggy und einem kalten Kaffee. Guck mal den Film. Guck mal den Film.